Hallo meine lieben Freunde, ich bin zu ihr euer vier Verfahren und willkommen zu The Walking Dead Season 2. Und zwar bin ich jetzt wirklich sehr sehr gespannt wie es weitergeht, da wir den ersten Teil unter das DLC durch hatten. Des Weiteren bin ich jetzt ehrlich, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich hatte damals den Spielstand von dem ersten Teil sofort gelöscht gehabt, nachdem ich das deinstalliert hatte. Und zwar konnte der jetzt halt hier den Spielstand nicht erkennen, also meine Handlungen. Auf jeden Fall ist jetzt halt leider so, kann man nichts mehr machen. Auf jeden Fall werde ich jetzt halt hier normal die Season 2 anfangen und gucken was auf uns so zukommen wird. Yo. Previously on The Walking Dead. What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. It's how the world works now. Bleed, are those bad people dead? I hope you know what you're doing with her. I got it. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Clementine, I think it'd be safer for you to stay here with Omi. Clementine? Clementine! Clementine! Oh, oh! I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Die! Nein! Please, I saw my parents. But no. You have to shoot me, honey. Please, no! No, no, no! Oh Mann, du kannst nicht so ernst sein. Ich muss Untertiteln einparen. Komm schon, Christa, was ist mit Omid? Wir haben nicht unser Baby Omid. Einer von euch ist genug. Clementine, ein bisschen Hilfe hier? Omid II. Nein. Und wir zu ihr? Nein! Du musst ihn als Ring erheben. Ja. Der Ring eines egotistischen Mannes. Omid II ist ein Name. Ich mag es. Danke, Clementine. Du hast immer mit ihm antworten. Weil ich immer richtig bin. Du bist nicht so ernsthaft. Ich nehme alles ernsthaft. Es ist nicht so ernsthaft. Es ist nicht so ernsthaft. Du bist nicht so ernsthaft. Du bist gut und du schlappst in der Ring. Der Ring. Du weißt, die Zeit in Barstow? Okay. So, ich guck mal ganz kurz nach dem Untertitel. Boah. Hm, geht nicht. Ehrlich, finde ich ein bisschen doof, weil, ähm, weiß ich nicht, aber ich finde irgendwie total, weiß ich nicht, dämlich. Egal. Na gut. Hm, lecker. Oh, gross. Ich verstehe auch nicht von dem Entwickler keinen, ähm, keinen deutschen, weiß ich nicht. Wenigstens Untertitel, oder, äh, wenn die deutsche Sprachausgabe schon nicht, ähm, vorhanden ist, worum sie dann nicht in, äh, wenigstens deutschen Untertitel reinpacken, das hab ich überhaupt nicht verstanden, aber, naja, egal. Wenn man jetzt noch kommt, was ist hier auf die, ähm, schönen Scheißhäuser? Oh, weiss. Oh. Gut, no one's here. Ich glaube, es ist sicher, dass es sich gepflegt wird. In der Waschbecken. Ich glaube, es ist besser. Ich bin neu geboren. Ich nehme lieber erstmal die Pistole mit. Hä? Ist nicht da reingerollt, dann ist sie auf jeden Fall hier. Eww. Die sah aber eigentlich nett aus. Eigentlich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Geh aus da. Du bist nicht zu mir. Du bist nicht zu mir. Wer bist du? Nichts von dir. Du wirst mich? Nur wenn du dummierst. Geh aus hier. Das ist alles was ich hab. Bitte hör auf. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Geh aus hier. Du gib mir das hat. Nein. Wo hast du ihn? Ich habe dich eine Frage gestellt. Ja. You ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry, little fish? This your daddy? What a bozo. Why did he kill you? Why did he kill you, Jacob? Yeah, great. I just started the first death of the story. I didn't mean to. I didn't mean to. I didn't mean to. Pretty soon. Hmm. Oh, God. Oh, God. Oh, me. Oh, me. Can you hear me? Oh, me. Ohh. I don't know. Fingert schon gut an, ey. The Walking Dead. T-T-T-T. Ach ja. Was sagte du? Ja, was hatte ich schon? Ne, aber anscheinend waren das damals die beiden, weil das Ende vom ersten Teil, da war die auf so einem Feld, da saß die auf so einem Baumstamm oder auf so einer Bank und dann liefen einen in zwei so schwarze Gestalten. Jo, 16 Monate später. Lange ist es her, ich denke mal das Kind ist auch schon da. Wüsste. Krista? Es ist okay, ich kann warten. Ich bin ein Händler. Ich bin ein Händler. Ich habe eine große Rolle. Es hat sich immer zu Hause. Es ist so viel zu viel. Es hat sich immer zu Hause, es hat sich immer zu Hause. Es ist so sehr, was wir hier bei uns selbst zu Hause. Wir müssen essen, nicht? Wir müssen die Taten ohne die Nase leben. Wir können nicht mehr zu Hause leben. Ich bin um die Taten. Ist das in Wellington sicher? Wie sie sagen. Wir müssen nur noch weiter gehen. Wir müssen Wellington erreichen. Wir versuchen das beste, was wir können. Jetzt werde ich noch weiter schauen. Du hältst das Feuer auf. Ich finde das Feuerzeug, um das Anzuzug. Zeichnung aufheben.